Guten Morgen! Guten Morgen! Hilde! Morgen! Morgen! Hilde! Guten Morgen! Hallo! 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 Men? Boa! Hehe! おいööööööööööööööööööööö huhh çıkar Bod? Hilde Danke. Hallo. Na? Füße. Nee, ist nicht hier. Wir waren der erste Team von Mainland Europe zu bein England auf Holmsoe. Sie sind in England 6-3. Wir waren mit dem Karpel nach dem Hilfsburg-Disaster in 1989. Die 96 Liverpool-Fans. Die Jüngste war 10-years-old. Steven Gerrard's cousin. So, jetzt hier haben wir die Match-Tickets und Match-Programmes. Die Match-Tickets haben wir gekleitet und geplanten zu uns. Match-Programmes, auch. So, das Programm ist von 1898. 120-years-old. So, people go to the games, collect these and keep hold of them. They're souvenirs. Season tickets as well. Old season tickets. Used to be quite severe in this country, but Frankfurt is a lot better. Obviously, still this is a trouble. But, it's not as bad as it used to be. So, the FA Cup's the oldest Football Cup competition in the world. 104-6-years-old. 10-years-old. 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 Willkommen im Tod, hello. Willst du das Leben nehmen? Ja. Nicht witzig. Hey. Hallo, du da. Guck mal, da hat er. Der frisst Kuchen. Hey. Hallo. Ja, da hinten beim Speckschwarten. Wieso erkennt ihr den Bauch nicht? Das ist auch eine Person. Oh, guck mal da. Da schmeckt's. Oh. Wo ist der Müll? Oi, oi, oi. Ui. Kameras. Ich muss echt... Lange Nase. Lange Nase. Eine lange Nase. Ja. Und eine... Eis. Hey. Weißt du was Geiles? Dein Computer kann sich weniger erinnern. Ohne Memory. Ein Teddybär. Da ist dein Innenleben. Bei der Nordsee. Ach so, schon mal bei der Nordsee. Ja. Nein. Guck mal Tobi. Da bist du. Oh. Entschuldigung. Das ist ein General Tour von Manchester. Ich versuche, dass ich einige der Hauptseite für dich ausfragen werde. Und ein paar Kommentar. Wie ist dein Englisch? Wie ist dein Englisch? Wie ist dein Englisch? Lousy. Sehr gut. Die Arbeit. Das ist einer der vier große Bibliotheken in Manchester. Das ist bekannt für ihre religiöse Bücher. Wir haben das größte Fragment des St. John's Testament in der Welt. Hier in Manchester. Hier in der Papyrus. Wird sie auf dem Papyrus. Wird sie auf dem Papyrus. Wird sie auf der Kaipe. Sie sehen Sie an den Castelfeld. Das ist ein Industrious Hermannszentrum. Die meisten buildings haben sich entwickelten in Flats und Offices. Und die Potatoes in den 1800s und der Victorianen Zeit waren eine sehr wichtige Schmerzen von Essen. Sie waren sehr günstig. Und sie fiel dich auf. Sie sind vollen Carbohydraten. Der Prozent der Welt gibt in Manchester United. Und wir haben von all over the world gesucht, wir kommen nur für eine Homegame ein Jahr. Leute von Israel, Amerika, all sorts of places. So you can see the canals come up here, on our left. Tobi, du kannst mir grad nix sagen, aber das Ding ist geil, gell? Gut. Da vorne steht ein Fettsack. What do you think about the stadium? Cheap and shit. Oh, der hat seinen Ball in der Hand. Oh, 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 oh. Just here on our left hand side, this is the Imperial War Museum of the North. And is also now building the Twin Towers replacement building. This building is not just about the technology of war, this is about people's experiences. On Saturdays is the summer, people swim in the water here. Anyone can swim here. But it's so cold, because it comes from the Irish Sea and from the Atlantic. So even on a warm day, the water here, I would never get in it. It's too cold. Shaped like a ship, with the lovely aluminium panels on it. Yeah. This is one of our four great libraries. Shaped on the Pantheon in Rome. Anybody been to Rome and seen the Pantheon? The circular temple with a big hole in the middle. We don't have a big hole in this building, we have the great reading room. So this is one of our main libraries. This library specialises in music. He had a pseudonym, another name, and another house. So he had two lives. One with the middle classes, as a respectable businessman, and one with... working classes, and he... Zilligras with a friend... Hier Hallo, wir machen jetzt einen kleinen Prank, gell? Du auch? Ja, gut Wir hören jetzt meine Lieblingsmusik Ist es los gut? Die Lieblingsspirale Aus dieseugalität Ich habe die Teile in den Knie. Ich habe die Teile in den Knie. Ich habe die Teile in den Knie. Alles! Knie! Untertitelung des ZDF, 2020